Aus Fleisch einfach mal einen Kuchen machen. Warum nicht? Ja, Nettkuchen incoming. Ja, 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 ja. So, jetzt habe ich aber vergessen, das zu holen, was ich brauche. Nämlich Zäune. Jede Menge Zäune. Zäune, 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 Zäune. Oh, ja, ja. Ne, weil ohne Zäune kriege ich hier natürlich halt den Zoo hier nicht weiter. Klingt komisch. Ist aber so. Na gut, was muss, das muss. Dann müssen wir halt nochmal zurück. Den Fehler beheben, sozusagen. Und... Ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze sich hier noch entwickelt. Müssen ja sowieso noch so viele Gehege machen. Man wollte die Gehege ja an sich halt noch irgendwie ein bisschen ausschmücken und sowas. Ah, dann müssen wir einmal gucken, was für Tiere wir überhaupt hier rumpflanzen können. Wir haben keine Zäune. Keine Zäune, weit und breit. Und das Metall ist voll. Das ist voll, doof. Dann kommt das hier alles mal rein. Alles, was ich nicht jetzt und sofort brauche. Kommt erstmal hier abgelagert. So wie immer. Hier haben wir nämlich 100.000.000 und 50.000 Sticks. Dann gehen wir mal da hinten hin. Bauen uns 500.000.000 und 50.000 Zäune. So wie immer. Dann viel zu viel auf jeden Fall. Oder auch nicht viel zu viel, ich weiß es nicht. Zack. Und zack. Manchmal verstehe ich auch die Sortierfunktionen dieses Spiels. Manchmal nicht. Obwohl halt hier quasi Felder frei sind, packt das hier alles hin. So vollkommen wirkürlich. So ein bisschen. Und da, da lässt er einfach das Ding jetzt frei. Warum? Oder sortiert er von hier aus in die Richtung. Das kann natürlich sein. Ich habe eigentlich immer angenommen, er sortiert von hier aus dann. Aber nö. Einfach nur nö. So. Oh ja, so muss es sein. Okay. So. Dann Stickity Stick Sticks des Todes Todes. Zack. Einfach noch mehr davon. Einfach immer mehr. Ich bin hier irgendwann, denke ich so, ja, Zauntore wären auch nicht verkehrt. Machen wir hier das Symmetal noch mal leer. Dass wir da 500.000, 133 Zäune bekommen. Und doch mal schauen. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Ah, muss reichen erst mal. So. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir tatsächlich aus dem Creative Mode halt die Tiere holen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so verwerflich. Wie auch immer wir den Zoo hier noch genauer gestalten. Wir müssen hier sowieso noch terraformen, damit hier dieser Bergabhang da hinten in der Richtung hier noch weiter nach unten geht. Weil es geht ja so nicht. Kannst du nicht machen. So. Machen wir mal ein paar Gege hier hin. Kann sein, dass wir die halt bei Zeiten hier auch nochmal anders machen werden. Also vielleicht starten wir hier auch mit Streilzoo oder sowas. Ich weiß ja nicht. Ähm. Ich weiß es wirklich nicht. Artgerechte Tierhaltung wird es hier nicht geben. Ich sehe das schon kommen. Ähm. Am besten auch die Löwen neben den Rehkits. Weißt du? Irgendwie sowas. Man könnte dann halt ja doch. Ich glaube ich weiß wie ich das so grob mache. Ich werde halt erstmal gucken was für Tiere gibt es überhaupt. Und werde halt dann alles so dann dementsprechend anpassen. Man kriegt dann halt so nach und nach halt alles so ihr ihr Terrain so wie sie es halt ein bisschen brauchen. Keine Ahnung. Dann kriegen dann irgendwelche Löwen dann da so eine kleine Höhle mit dazu oder sowas. Vielleicht werde ich dann hier noch ein bisschen Land tatsächlich erweitern und 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 und. erst mal gucken was gibt es für Tiere weil ich habe echt keine Ahnung was wir alles haben im ganzen Repertoire. nur halt erstmal ein paar Gehäge schaffen. Erstmal müssen die irgendwo rein und dann kann man gucken wie das dann so weitergeht. Würde ich mal behaupten. Ja gut verbaut Mammut wie ein typisches Mammut. so. So. Ach ja Diablo ne. Tolles Spiel. Damals und heute. Leider wirklich so. So hier muss ich echt so ein bisschen aufpassen. Möchte ich hier dass ich ja den hier zu Zugleistere. Also ich hätte halt nach wie vor gerne dass man da irgendwie noch ein Zauntor hat für ein Faller ins Fall ist. Und nachher funktioniert das alles gar nicht weil irgendwelche Tiere sich durchbacken oder so. Ich hoffe nicht aber ich halte es im Bereich des möglichen. Ne das wäre doof wenn ich jetzt hier wieder was zumachen. Man will ja auch als als Zoobesucher dann davorstehen und sagen so Oh das ist so ganz fein. Ne. Weil wir haben hier noch so viel Zugplatz. Aber schon immer so viele. Ne. Okay. Da baut sich noch was auf. Dacht schon so Ja ja. Ja ja. Ja ja. So. Bist du da mal weg? Wie viel Zaun habe ich denn noch? Och das geht eigentlich. Kann man machen. Muss noch gleich mal schlafen gehen. Hier machen wir Warnoversinn. Boah machen wir. Machen wir einfach mal. Indem ich mich immer 50 mal verbaue. Super. Bisschen so wie so ein Tierzwinger komme ich mir jetzt fast hier schon vor. Weil die Tiere dann hier rein gezwungen werden. Keine schöne Art aber naja der Zweck heilt die Mittel und so. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Am besten ich packe da hier die Elefanten rein. Eine gute Idee. Eine verdammt gute Idee. Vor allem das Schlimme wäre ja auch wenn wir dann tatsächlich auf Tier-Safari gehen würden bis wir dann halt keine Ahnung irgendein bestimmtes Tier gefunden haben. dauert es dröfzig tausend Millionen hundert Jahre oder sowas Und bis wir davon zwei gefunden haben, mindestens dauert das dann noch länger. Verstehst? Ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, dass wir hier einfach mal, ne, ein bisschen so meine übliche Regel brechen. Und das einfach mal aus dem Creative Mode holen. Können einfach mal hier ein paar Felder hier so mittendrin hauen. Zwischendurch packen wir ja auch, keine Ahnung, Pommes-Budin oder sowas. Mit überteuerten Pommes für 6 Euro. Ich glaube, der Preis ist gar nicht mal so weit hergeholt. Also ich war tatsächlich noch nicht so oft im Zoo. Was man gar nicht glauben kann, ne? Aber ich lasse mich halt nicht gerne gefangen nehmen. Nein, ähm, ist halt so, dass ich jetzt nicht so der große Zoogänger bin. Und, ja, ich glaube, das erste Mal, dass ich halt wirklich, ja doch, ja. Also ich war einmal tatsächlich im Zoo, um halt Tiere zu begutachten. Und das war damals in der Schule, in der ersten Klasse damals, ähm, mit dem krönenden Abschluss, dass nach der Veranstaltung der Schule, wo man dann halt dann Richtung nach Hause geht und so was, ähm, sind wir dann halt zum Bus gegangen war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, war das Bus oder Bahn, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls sind wir halt auf den Rückweg gegangen und wir, war halt dann so ein Fußweg. Und es halt dann auch, ne, so, links von mir war das, ne? Links oder rechts? Moment, muss ich kurz überlegen. Rechts von mir war das. Rechts von mir war es halt so, dass es halt da dann, kann man, ein Stückchen schräg abwärts ging. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war halt so ein kleiner, ganz normaler Abhang, wo es dann schräg runter ging, ne? Nix, nix ravierendes, nicht, kein Berg oder sowas, ne? Aber, ähm, jedenfalls war es halt damals so, dass halt der Zuhörungsflug geendet hat mit einem Bänderriss. Weil ich halt da dann abgerutscht bin, aus welchem Grund auch immer. Ne, ich bin gar nicht abgerutscht. Ne, das war an einer anderen Stelle. Genau, ne, ich bin einfach mit dem Fuß umgeknickt. Genau, so war das. Oh Gott, ja. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, einfach beim normalen Gehen, einfach mal mit dem Fuß umgeknickt. Zack, wo es Bänderriss. Genau so war das. Ne, dass ich irgendwo dann am Abhang, also ein schmaler Fußweg, ähm, und, und, da bin ich dann irgendwie so viel aufgetreten, da ich dann mit dem Fuß dann so ein Schrittchen in dem Abhang war und mir dadurch auch ein Bänderriss zugezogen habe. Das war, ich weiß gar nicht mehr. Moment. Doch, ja, das war, da sind wir in den Vogelpark gefahren. Ja. Was jetzt irgendwie so danach klingt, immer wenn Mammut irgendwas mit Tieren zu tun hat, ne? Dann zieht er sich einmal ein Bänderriss zu. Story auf mal live. Nein, ähm. Ja, ich hatte relativ viele Bänderrisse und immer am selben Fuß. Ich weiß nicht, ob der Fuß irgendwie buggy ist oder sowas. Funktioniert auf jeden Fall nicht richtig. Ähm. Ja. Ich hatte auch nicht. Ist schon, schon merkwürdig. Kann man nicht anders sagen. Ah ja, das ist halt so meine Erinnerung, die ich habe mit dem Zoo. Bänderriss. Hier machen wir mal eine, eine breite Kürze. Jetzt wird mir das da zu eng als Zoo-Besucher. Jetzt mache ich hier viel zu viele Gehege und nachher gibt es gar nicht so viele Tiere. Ah, ist schon so okay. So. Ja, 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 ja. So ist das damals gewesen. Das war tatsächlich mein einziger Zoo-Besuch. Nein, ich habe nicht Angst irgendwie wieder in den Zoo zu gehen und sowas. Deswegen, äh, ich könnte ja einen weiteren Bänderriss bekommen. Ne, also jetzt hier beim Weihnachtsessen mit der Firma waren wir halt auch im Zoo. Ne, manch einer ist nach Stittschuhe gelaufen und danach gab es halt noch Essen und sowas. Viel zu überteuertes Wissen. Aber es war das geilste Schnitzel, die ich jemals gegessen habe. Aber es hat mich 30 Euro gekostet. Aber es war das geilste Schnitzel, die ich jemals gegessen habe. Ungelogen. Ne? Und, äh, ja, also. Das war jetzt nicht in den Zoo gehen, um Tiere zu begutachten. Verstehst? Das war halt wieder andere Formen des... Wir geben mal in den Zoo. Da wird hier ein kleines Gehege draus. Mit immer verbauen. Zauntore kommen später nochmal rein. Wie viel Zaun haben wir noch? Ach, das geht ja noch. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass wir... nicht so weit kommen. Hier, diese Wasserquelle kann hier ja auch weg. Dass hier die Fische raus sind. Ärgert mich ja so ein bisschen, ne? Da kann ich mich gar nicht entsinnen, dass das, ähm... passiert ist aufgrund eines Serverwechsels. Sondern ich glaube, das ist einfach so, dass die despawned sind oder sowas. Ich bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher.